salut rekrut general ricky tritt an ich begrüße dich zu einem weiteren epischen showdown zu einer weiteren strategischen herausforderung hier auf meinem kanal heute haben wir die ehre ein sponsoring von delta force hawk ops zu starten delta force hawk ops was ist das eigentlich das ist ein shooter das wird ein free-to-play-shooter sein der befindet sich derzeit in der alpha ist also noch nicht spielbar auf steam könnte noch nicht das ist jetzt exklusive inblick einblicke die du hier bei mir bekommst und die menge tobt alle rasten aus komm wir sprühen er noch mal feucht durch was haben wir denn auf steam stehen delta force hawk ops ist ein kostenloser taktischer first person shooter mit plattform übergreifenden fortschritt der neueste teil dieses seit 25 jahren genre prägenden klassikers überzeugt mit verbessertem waffenarsenal atemberaubender umgebung und einer wirklich dynamischen welt okay entwickler ist team jade publisher ist team studio group und dann wollen wir gucken die kampagne die ist noch in entwicklung die gibt es noch nicht es gibt aber taktische unruhen und chaotischer krieg was ist denn taktische unruhen rüste dich aus und lege los nutze kluge taktiken und strategien um dich zu verbünden und das unmögliche zu erreichen chaotischer krieg verbünde dich mit von dir ausgewählten kämpfern und erlebe den spannenden teamkampf auf einer riesigen karte die mehr land und luft umfasst wir gehen zuerst mal in den taktischen krieg rein oder in die taktischen munitionsruhen natürlich let's fight oh mein gott das ist wild zumal ich gerade was feststelle munitionsplanungskämpfer ich habe nämlich vor uns schon mal zehn minuten getestet und eigentlich fängt das anders an eigentlich fängt das anders an na gut dann gehen wir einfach mal rein ihr seht hier schon wir haben unseren charakter haben wir extremst viel ausrüstungsgegenstände wir haben hier munition wir haben hier helm wir haben hier rüstungen wir haben hier waffen verschiedene kaliber und 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 wir haben hier verschiedene kämpfer der es wolf wir haben hier den wiren wir haben hier den stinger den shepherd haben wir hier erster nachdenkliche an der für eine drohne mit dabei wir haben hier die luna sehr charismatisch und hecklor okay das sind also erstmal die sechs charaktere haben wir abteilungen erdbebenkrise jenseits der lieben lebenslinie büchsenmacher von azara voll bewaffnet wille der matrix okay missionen abteilungsleiter in der blackside bieten verschiedene missionen an das abschließen dieser missionen kann dir beträchtliche einsatz ep technik legierungen und vorräte einbringen und zusätzliche käufe an den vorratssessionen station freischalten gut auktionen blackside verbessern fertigen wir können also auch gegenstände und so weiter ausrüstung verbessern herstellen oder auch dann hier modifizieren heidewitzka das war viel das ist aber wild ja hier sitzt schon wieder ein großer studio dran ich merke das schon das ist crazy aber wisst ihr was auch crazy ist was mich hier gerade extremst interessiert wer von euch legenden ist denn gerade live im stream mit dabei und möchte in die geschichte eingehen eins in den chat bevor wir hier in die schlacht ziehen will ich das wissen asrael ossi viking alex roger sata phantom trudy homer der floh sandra komono erdbeerkäs dark mephisto schwobbel milchbartöler held des geldes hast du ne alle keiner will mehr in die geschichte eingehen ok dann legen wir los black side zentral kommando hq vorrat ok level 1 level 1 sag mal hier zero dam hauptstrang von niemandem zum helden oh das ist meine mission hauptstrang erster kampf na klar machen wir das von niemandem zum general ricky los geht's munition medikamente premierwaffe hat wenig munition mal nehmen wir ein bisschen was mit oder klar klopp mal rein hier besser reicht noch nicht noch mehr mal full das ding medikamente medikamente was haben wir denn hier verbesserte injektion aha verwende verschiedene gegenstände für unterschiedliche effekte verwende verwende injektionen medkits um lp wiederherzustellen lebenspunkte verwende schmerzmittel um opkits um debuffs zu entfernen verwende reparatur kits um die haltbarkeit der ausrüstung wiederherzustellen verstanden ok also das geht schon wieder sehr in die tiefe hier nehmen wir uns mal ein bisschen was mit na bam bin ready will kämpfen das bin ich ja hier haben wir einen helm mhm mhm oh haben wir einen ganzen ach guck mal hier wir machen einen auf indianer jones kann man auch machen hier einen auf gamer hm 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 du hast du mein generalsmützkin haben wir das auch ah ja ja so sieht doch gut aus ah hier anonymos kann man auch machen absolut klasse hm gut oh no 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 wir gehen rein oh no no bumms muss nochmal fragen kann man das spiel auch mit der ps5 zocken dazu habe ich bisher keine informationen ich weiß dass es auf steam erhältlich sein wird das ist auf jeden fall möglich keine debuff entfernung medikamente dabei ok kein problem ich will loslegen los geht's dann wollen wir nochmal kicken was uns hier erwarten wird und hier unten haben wir schon einen chat also wir sind jetzt direkt im internet ja mednesen und ja auroras skill ja guys you are into the live stream hello good evening you are legends right now is it okay for you i hope so if not that's your problem not mine okay okay alles klar gegenstände zerstören und extrahieren mache ich den ganzen tag lang geht los mandel brick ein paar mandeln hätte ich jetzt auch gerne schießen plündern dann abhauen gut oh das sieht aber wild aus hi mein name ist general ricky schon was vor moin alles klar bei dir hab ich eine animation feuermodus einzeln und auto okay ich mach mal so mit der b taste weiß ich bescheid i hope dass du das spiel not verlierst so sieht das aus richtig ricky can i talk with you guys lass mal kurz looky looky machen ich will mit denen quatschen mikrofoneingang aha wechsel zum mikrofon can you hear me guys hello immer an t okay so guys can you hear my beautiful voice i am general ricky how are you oh you have a very nice you have a very deep nice voice you are oh oh you make asmr on twitch is it possible that's what i might be doing right now you do it right now oh okay that's very good you are a legend right now because i am live and you are legendisiert you know what i mean enemies enemies hey hey you must be shy i am the general all is okay aber auch keine angst haben ich hab ihnen gesagt dass ich der general bin he is he is undiable ah he is in our team okay i understand sorry entschuldigung nimmst du persönlich heil dich erstmal hoch ja okay alles gut alles grün so wir können hier mit e können wir auch rüber gucken so alles im grünen Bereich alles gut so weil der ist leise gewesen der typ habt ihr gar nichts gehört von dem ah komm auch grenade please please obacht right now and not allow all in all in los let's go jetzt muss man rein von wo baller 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 i don't see shit i don't see shit stay cool aha erstmal loot die muti guck mal rein hier was haben wir denn hier okay unser helm hat gerade haltbarkeit 40 schutzlevel 3 was ist das hier schutzlevel 1 für den müllton den brauchen wir nicht was haben wir gerade an schutzlevel 2 mittel was liegt hier rum was ist denn das hier kompakter brustgurt ach das ist das ding hier ziehen es einfach mal über ah ne da haben wir unsere ganze ausrüstung weg lass mal an können wir die muni hier reinziehen muni können wir reinziehen das ist in ordnung hier unten ein rucksack ja nehmen wir mit okay ist in ordnung gut hier hört ihr das wenn der leise was sagt ja klar müsst ihr hören er hat gerade gesagt robstabs also sein grünzeug im garten wächst weiß ich bescheid scheibe raus kann ich hier hoch ja i am on the dach right now i am on the dach i am the high ground man don't be scary anymore wir haben den high ground das ist gut können wir nämlich runter gucken all clean no enemies into my view radius der atmet schon schwer ist er vielleicht genervt von mir so da muss er jetzt durch gut wir müssen erstmal warm werden wo muss man denn jetzt hin hier haben wir noch ein Ziel ach hier muss ich reingucken gut der Tresor ey guys where are the things out of the Tresor please share it with me liegt hier noch was drin ok no problem wo sind denn die jetzt hier die kerle vorne ist der eine komme ich hier raus hier komme ich raus gut wenn you go me on the nerven i put you in the gully and you never come back to the tageslicht so sieht's aus roger ok lachen ist a messer ziehen weiß ich bescheid ok eliminate the high value target gut müssen wir aufpassen die feinde im zielgebiet sollen wir auf jeden fall auslöschen medicine i think you are on the wrong way i don't think there is the noodle from the teller medicine you don't must be ey stay come to me so wo sind denn die feinde im zielgebiet wo müssen wir hin da hin kannst du mir das markieren jo jetzt ok hier hier oben müssen feinde sein alles klar müssen wir mal schauen wie wir da reinkommen gut kommen wir hier irgendwie hoch guys this is my first time i need your help mensch was was war das denn how the hell have you have you give you a push from behind is it the legendary furzantrieb or something like this good rein hier oh haha gekillt sehr gut sehr gut na man sieht ich hab hier ich bin ja ein alter quake life spieler ich hab ja wirklich quake hab ich geliebt also ich hab wirklich die reaktion mit einer windschutzscheibe da muss man schon aufpassen wenn man gegen mich spielt gut und die denn jetzt vorsicht hoch hier wer are the enemies guys please talk with me i am alone right now oh wir haben aber auch keine ausdauer cool bleiben kann ich ja löcher reinschießen auuuuuh my hält mir also ich bin in der roten zone what do you say please heavy enemy big guy big guy a big guy who him who is a big guy okay i come to you please stay stay away Das ist irgendwo ein großer Junge Okay Ich bin bereit, ja Und attack Sehr gut, sehr gut Oh, 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 der kommt, der kommt, der ist schicksauer Okay, okay Sehr gut, sehr gut Ähm Maybe I make a Oh, good shot Good shot, gut gemacht Woll grad ein Messer angreifen Ey, ist mein Loot, wisst du schon, ne? Nimm mir nicht alles weg Der nimmt mir alles weg, was soll das denn? Der kann mir alles weglooten I want his Minigun Ey, I am the Livestreamer Oh, legendary Loot is my No, it's not okay You make me angry You got a shot in your butthole Ich hab keine Muni mehr Nachladen müsste man auch mal Mensch Give me my Minigun or your butthole bleed Äh, I don't have it Hä? Minigun? I, Schrotflinte, ich brauch keine Schrotflinte Ich will keine Schrotflinte Ich will nie Minigun, Mensch Legt der mir denn hier für den Müll ab? Ah, was er selber nicht will, gibt er mir Hm, alles klar Kann nicht wahr sein hier Was für ein Game? No, 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 no Das ist ein Multiplayer-Team-Spiel Und nicht irgendwie Ich klau dir dein Loot weg Ei, ei, ei Okay, wo sind die weiteren Enemies? Wer hat den nächsten Enemies? Aha Okay, in der Bude drin Gut Oh, Rockets Bams, hab ihn, Baby Kein Problem Oh, doch hier Ducken Ducken und gucken So Weiter geht's Was ist hier los? Was ist das denn jetzt? Hä? Da rennt einer Schp, 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 schp Stirb Stirb Oh mein Gott Kein Moni mehr Okay, müssen wir mit dem Messer ran Jetzt müssen wir mit dem Messer ran Wenn wir keine Moni mehr haben Nahkampf Looten Okay Aha Neue Moni Nimm die mit Ich hör Schritte Ich bin nervös Keine Moni für uns dabei gewesen Komm her Bist du Oh mein Gott Komm her, komm her Ich heil mich Ja, gut Okay, okay, okay Gotcha, Baby Gotcha Gib mir eine andere Knarre Mit Munition Ja, besser Das lief ja wie am Schnürchen Wir haben wieder 16 Schuss nur Zu wenig Guys I need more ammunition Right now The general speaks F1 gerät bereit Was ist ein F1 Was ist denn das jetzt Stinger Unterstütze Reus me Hive-Tech-Pistol Nebelwand Hive-Tech-Rauchgranate Schnellrettung I need die Schnellrettung right now, please Mit dem Gummiboot, bitte Das rote Okay, no problem I messer my enemy It works Really, very well Jo Okay, I search a cookie for you You make make Want to make knuspy knuspy With me on the stammtisch Please join our discord server Okay, I will mit mir Kekse essen Am Stammtisch Im Disco-Server Mal gucken, dass wir das machen können Haben wir ihn jetzt hier Hm Hm Gut Ist mir ein bisschen zu ruhig Unangenehm Sind wir in der Schule gelandet? Ist das eine Anspielung Auf mein Englisch? Ey, ist doch nicht dein Ernst Damit kann ich nichts anfangen Nein Nein, 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 nein Will ich nicht Ich will es nicht Kann mich nicht durch Was ist unser Missionsziel jetzt? Gibt es noch irgendwo ein Enemy? Ach, Captain der Wache Den Z Z Z, den muss man killen Okay Oh Das ist ein Enemy From my ground Mega Very good Guys I'm on the way to you I make some good kills But my ammo is very low Don't be scary anymore I'm on your side Madnessen Hello What do you make here? Okay, guys Let us play together Right now Ich bin da Muss man erstmal looten Warum hab ich keine Muni? Was ist denn das? Ist das die falsche Munition? Das ist aber Blade Aber wir können doch eine zweite Waffe mitnehmen Okay Wenn wir irgendwo noch eine Knarre finden Nehmen wir die definitiv mal mit Jetzt haben wir nur noch sieben Schuss Gott I think He needs some Oh, what is this? What is this jump? How do you make it? It is my operator You have the medic I have this one Ah Okay, thank you Also wir können uns heilen Er hat den Furzantrieb Würde ich aber gern mit ihm tauschen Das ist noch nicht in Ordnung Muss ich zugeben Stand ja nicht da Hier Furzantrieb Sonst hätte ich das natürlich genommen So Begib dich schnellstmöglich Zum Extraktionspunkt Eine Minute 15 Oh Äh Jetzt wird's spannend hier Jetzt wird's wild Muss mal aufpassen Ach was Das hat er extra gemacht Damit ich ans Geländer ranlaufe Wieder einen blauen Fleck Mehr am Knie What do you make here? Mit Nessen Powernap Eine Minute Haben wir noch Ach hier müssen wir jetzt verteidigen Ja Ich brauche Munition What type of ammunition Need my weapon? I have seven Schuss Ich brauche etwa Five 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 Six You have something of this Thank you very much This is right Great work Okay, wir haben wieder 27 schuss Der Ehrenmann hat uns was hingeschmissen 25 Sekunden noch Okay Thank you, you are pure legend Das ist wirklich eine Legende Okay, ich gehe hoch Ich lege auf die Kiste, okay? Ich lege auf die Kiste Fokus, rein GG Yo, wir haben überlebt Mega Ausrufezeichen, Applaus in den Chat Hammermäßig Schlaz, wir haben extrahiert GG Wir haben das Tiberium sicher Nach Hause gebracht Cool Hier, Ricky, schau mal 5 Kills haben wir gemacht Die anderen gar nichts Guck mal, 0 0, 0, 0 Wir haben alles geregelt Super Daumen nach oben Daumen nach oben Kriegen sie auf jeden Fall Wir können ihre Profile liken Super, sympathisch Man kann sich unterhalten Weiter geht's Gesamte Kills, 5 5 5 5 7 6